Ich freue mich sehr, wir haben uns jetzt viele Wochen schon vorgestellt, wie es sein wird und ich freue mich auf die neue Aufgabe. So ist der Fußball, das geht immer schnell. Meine Familie und ich sind einfach froh, hier zu sein und dass die Saison bald wieder startet und wir eine neue Aufgabe haben. Ich habe hier gerade das Stadion die Kuh gezeigt. Was ist dein erster Eindruck? Schön, aber es ist natürlich noch leer. Ich werde sehr neugierig sein, wie es ist, wenn die Zuschauer wieder da sind und die Spiele wirklich losgehen. Aber mein erster Eindruck passt sehr gut. Wir wollen einfach realistisch sein. Wir müssen ruhig bleiben und sagen, es gibt top Vereine, viele gute Spiele in Holland. Aber wir wollen auch selbstbewusst auftreten in jedem Spiel. Das ist, glaube ich, wenn eine Mannschaft ein Ziel hat, alle zusammenarbeiten, kann man jedes Spiel gewinnen. Diese Mentalität ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir sie haben. Und dann steht, glaube ich, einer guten Saison hier im Fernando nicht mehr gut.